Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Daily Ranking und da sind wir schon mal beide angefahren. Was ziemlicher Quatsch ist. So scheint's wäre ich mir gerade AFK gewesen zu sein. Hätten wir das erste Tor machen können. Und da werde ich wieder angeschrieben, wo ich gerade kurz aufnehmen möchte. Huiuiui, kann ich gar nicht antworten. Zack, mal kurz dafür gesorgt, dass der Ball... Ach Gott. Alle wieder in der gleichen Ecke. Nicht gut, nicht gut. Noch nicht so schnell. Komm schon, gib ihm. Gib ihm mehr. Ich bin nicht ganz sicher, warum er jetzt nicht hinten geblieben ist. Und sie es halt machen. Mal kurz da gestört und dann war keiner mehr im Tor von denen. Da können wir einfach durchfahren. Das war sehr angenehm. War bloß ein bisschen schwieriger Winkel am Ende. Aber okay. Ah, wir spielen gegen eine Dreiergruppe, okay. Da bin ich immer gespannt. Wir spielen hier als randoms gegen eine Dreiergruppe. Ne, ne. Au. Komm schon. Ohhhh. Der zweite Hit kam nicht so, wie ich ihn gern gehabt hätte. Sorry, Alan. Da muss ich mir kurz entschuldigen. Den habe ich nochmal rumgedreht, wo es nicht notwendig war. Jups. Aber den habe ich dafür zurückgekickt. Hätte wir vielleicht ein bisschen nach unten boosten sollen. Zack. Schade, dass es dafür keine Vorlage gab. Obwohl es eigentlich mein Ball war, der dort noch flog. Aber naja. Passiert. Aber war dann auch echt schön reingemacht. So um die Ecke. In den Winkel. Na gut, wir machen. Der hat die Vorlage. Ist auch okay. Oh oh. Nicht gut. Oh oh. Den muss ich mal kurz rauskicken. Oh oh. Verdammt. Verpasst. Okay. Den machen die beide. Dabei stand die mit richtig kacke. So auf halber. Das. 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 Die Unterschiede. Distanz. Ja, hab ich gesehen, dass er kommt. Aber ich war noch nicht weit genug seitlich. Den Ball trotzdem noch zu erwischen. Oh, oh, oh. Ach, verdammte Kacke. Ach, nein. Okay, wenn er hier rumfährt, dann muss ich nicht da rangehen. Leute, nice. Machen sie ihn halt selber rein. Den haben sie selber reingedrückt. Aber sie drücken auch nicht auf weiter. Also, wenn ich einer von denen wäre, hätte ich danach keine Lust mehr. Also, wenn ich zumindest einer von den besten und von den dreien wäre, hätte ich danach keine Lust mehr. Jetzt nehmen wir das Ranking runter. Warum willst du hier hin? Sehr schön. Der Bastik hat irgendwie nicht mehr einen Rhythmus so richtig. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade noch 70 Framed. Das ist ein bisschen merkwürdig. Gestern hatte ich ein bisschen mehr an der Aufnahme. Da war ich mir auf 120. Merke ich nun mal, weil sie jetzt sogar mit dem Monitor, den ich habe. Oh, ja, wie schön hält. Uiuiui Da hätte ich fast einen Ansturm verkackt von meinem Team. Oder eigentlich habe ich sogar ziemlich gebremst Okay, der nimmt er halt jetzt nicht Huuu, ich hab geblockt Ich weiß nicht ganz klar, warum es hier gerade so so doof ist Achso, jetzt habe ich fast weggeschnitten, was die eigentlich waren und bei der Zusammenstellung brauche ich mich nicht wundern über die Leistung des Teams Also tut mir leid Wer das Rising Star mit Silber spielt Ja, kann nicht so richtig werden Tja Leute, ich habe eigentlich gerade schon zwei Runden aufgenommen Allerdings habe ich da in meinen Videoaufnahmesettings rumgestellt und Sony Vegas kann das Audioformat leider nicht verarbeiten was ich jetzt dort drinnen hatte Deswegen gibt es jetzt nochmal zwei Runden für euch Oder zumindest eine Ich wollte eigentlich nämlich das Format auf zwei reduzieren da ich gemerkt habe, drei Runden gehen eigentlich über die 20 Minuten und ich wollte mich eigentlich zwischen 10 und 15 halten so in der Drehe und nicht auf 20 Minuten Deswegen würde ich wahrscheinlich zwei Runden machen Also gibt es jetzt noch eine Also gibt es jetzt noch eine So, okay, jetzt sind wir nicht im Tor geblieben das ist schon mal ein Lack, dass sie nicht direkt aufs Tor durchgeknallt haben Nope Hätte ich doch nochmal nach hinten spielen sollen damit er noch einen Toucher kriegt Uh! Ja flog Nicht gut Oh Gott Ja ernsthaft Wow Wenigstens 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 Gleich bleibt Gerechtigkeit für beideste Der wäre drin gewesen hätte dagegen nicht im Weg gestanden Ja Wohhh Ja Wohhh Ja Wohhh Wohhh Ja Wohhh Ja Woahhh Ja Ich bin mal Ja 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 Wohhh Das ist ja auch verdammt denen ich nicht so nehmen sondern werden so weiter geflogen warum nimmst du packt warum wärst du den mit mann er geht schon vor und dann wird das nicht machen ich dachte er nimmt den ein bisschen eher das ist mit dem gut gut und dann ist nicht rechtzeitig da witzigerweise hält der gegner irgendwie für uns auf sehr schön wir haben gerade ein bisschen glück dass einer der gegner anscheinend gegen die eigenen leute spielt mir leider nicht ganz klar wer aber einer von denen hatte wieder schön aufgehalten nicht weiter flog in unsere torrichtung was dann doch sehr hilfreich ist anders kann es doch gar nicht nehmen außer du spiel nach einer seite rechnen wir damit die leute in ihrer richtung mit dem spiel durch kein boost ist schlecht muss man das im tor stehen bleiben und und wissen aufpassen wo der ball kommt und das ist der boost weg Ah, da ist der Bus da. Sehr schön. Oh nein! Komm schon, bring ihn rein. Ah, verdammt. Hätte ich doller anschnippeln müssen, damit er aufs Tor geht. Oh, war er noch. Gut genommen. Ich geh mal zurück. Wieder fliegt einer ewig weit weg. Es ist immer so super, wenn du knapp den Ball verfehlst und dann einen triffst, der den Ball spielen wollte. Oh, der geht hoch. Den musste ich mal... Den hätte ich jetzt versucht, wenn er ihn getroffen hätte, dass ich ihn wegkriege. Oh nein! Schön lang... Oh, shit. Wenn sie den nicht kriegen. Wow, das war super. Nein, nicht alle in der Ecke! Das ist doch totale Quatsch. Ach, kommt schon! Jetzt fahrt doch nicht immer den gleichen Wege wie... Wow! Wow! Der ist ja scharf. Ernsthaft? Oh, ho, ho, ho! Wieder so ein knappes Dingel. Das Gefühl der Doktor Rosetti spielt nicht so ganz ernsthaft in die richtige Richtung. Ach, komm, einen können wir noch machen. Auch wenn es gerade am meisten Spaß macht, aber einen machen wir noch, glaube ich. Ich trete gerade die ganze Zeit gegen Gruppen an, wo einer hier oben nicht hingehört und der andere aber genau dieses Level hat und dann verlieren die. Hm. Ist irgendwie nicht so ratsam, wenn man nicht den Skill dafür hat. Finde ich. Och nein, nicht Starbase. Nicht Starbase. Und ich fahre an. In jedem Fall, dass der Tintex... Tintxet... Wie Roman ausspricht, das nicht tut. Oh, das kommt keiner, das wäre natürlich super. Dann habe ich keinen... Kein Starbase. Puh! Das war ein Zeichen aufzuhören, definitiv. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich gebe mir Mühe, dass weiterhin... Ähm... Dass weiterhin Videos kommen. Allerdings kann ich das nicht versprechen, weil wie gesagt, ich muss gerade lernen. Also freut euch, wenn Videos kommen. Deswegen, bis demnächst.